Liebe Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer, in diesem Jahr können die Sternsinger leider nicht persönlich bei Ihnen vorbeischauen. Dennoch wollen wir mit Ihren Spenden das Sternsingerwerk unterstützen und den Segen zu Ihnen nach Hause bringen. Dazu haben wir kleine Sternsinger-Pakete zusammengestellt. Für die Pfarrei St. Magnus werden diese Pakete in den Gottesdiensten verteilt. In St. Martin, St. Josef und St. Michael werden so viel wie möglich Haushalte damit beliefert. In diesem Paket finden Sie ein kleines Spendentütchen und einen Überweisungsträger, genauso wie Informationen zum Sternsingen unter Corona und den kleinen Segensaufkleber, den Sie gerne an Ihrer Haus- oder Wohnungstür anbringen können. Jetzt wollen die Sternsinger bis zu Ihnen ins Wohnzimmer kommen. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand, wir wünschen euch ein gesegnetes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ich bin der König Balthasar, ich brachte Gold im Kinderdach. Da hat das Kind mir aufgetragen, den Glaubensruf aller Ort zu sagen, so bringe ich euch die Kund herein, wer glaubt, der wird gerettet sein. Erlaubt, dass ich mich stelle euch vor, ich bin der König Melchior. Ich hatte Weihroch angebrannt, da hat das Kind mich ausgesandt. Zu stärken euch in Gott vertrauen, ihr mögt zum Himmel aufwärts schauen. So wie der Weihroch aufwärts steigt, hofft stets auf Gott, auch wenn er schweigt. König Kaspar bin ich genannt, mein Reich liegt fern im Morgenland. Ich brachte Mürre, wie ihr wisst, wer Christ den Heiland wirklich liebt und ganz auslieb sein Herz ihm liebt, der wird bei Jesus Christus sein, bei Gott dem Vater und dem Geist, der Erd und Himmel dankbar preist. Wir tun die geweihte Kreide herfür, nun lasst uns schreiben an eure Tür. Wir wünschen euch ein gesegnetes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Zuletzt suchtes Brauch und Zitte, tritt ich hervor mit einer Bitte. So wie es mein Amt von mir verlangt, fürs Zuhören seid vielmals bedankt. Wir bitten euch, ihr wisst es schon, um eine Spende für die Mission. Drum öffnet Willi eure Hände und gibt uns eine gute Spende. Christus Mansionem Benedicat Christus segne dieses Haus. Das ist der Sternsingergruß, den wir seit jeher über die Türen unserer Häuser und Wohnungen schreiben. Wir wünschen uns diesen Segen Gottes für die, die im Haus wohnen und für alle, die bei uns zu Gast sind. Für alle Menschen, die wir im Herzen tragen. Das ist das, was wir uns gerade in dieser Zeit ja wünschen, was das Jahr 2021 für uns bringen soll. Dass wir behütet sind, dass sie beschützt werden, dass Gott seine Hände über uns hält. Ich wünsche Ihnen diesen Segen Gottes für dieses Jahr 2021. Möge es ein gesegnetes, ein gesundes Jahr für Sie alle sein. Möge es ein gesegnetes, ein gesundes Jahr für Sie alle sein. Möge es ein gesegnetes, ein gesundes Jahr für Sie alle sein. Möge es ein gesegnetes, ein gesundes Jahr für Sie alle sein.